Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung, heute auf dem Kanal vom Snow Dragon und das ist mal wieder ein Kanal, der ein paar mehr Abonnenten hat, 2100, freut mich natürlich auch immer, wenn ich so einen Kanal mal vorstellen darf, natürlich auch, wenn ich etwas kleinere Kanäle vorstellen darf, aber hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, als sich das Snow Dragon hier beworben hat. Also, 2100 Abonnenten, 15139 Aufrufe und er ist seit dem 6.06.2015, also erst seit einem Jahr, so knapp mit dabei und hat schon über 2000 Abonnenten, das ist schon eine reife Leistung, muss man wirklich sagen. Also, schauen wir in die Beschreibung rein. Hey, herzlich willkommen bei Snow Dragon Let's Player aus Leidenschaft. Hier erwartet dich gepflegte Abendunterhaltung mit Niveau, nein, das ist keine Handcreme, achso, wegen Nevea, haha, Niveau, und einer kleinen Prise Wahnsinn, ein Herz für Spiele und für dich. Zu mir, 19-jähriger Abiturient, aha, und angehender Informatikstudent, aha, der nichts Besseres mit seiner Zeit anzufangen hat, als Spiele zu spielen und das dann anschließend ins World Wide Web zu laden, wo es jeder sehen kann. Ja, so ist halt das hier auf YouTube, so geht das. Teste doch auch gerne meine selbstprogrammierten iOS-Spiele, aha, habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich gleich mal gucken. Soziales Medienzeugs bei Twitter, Facebook und seine eigene Website hat er auch. Doch, das ist Mu, Mu hat voll ein Ding an der Waffel, wenn du auch ein Ding an der Waffel hast, kopiere Mu auf deine Seite. Angaben, wie immer, ohne Gewähr, das ist nochmal ein schönes, schönes, kleines, äh, Neben, neben Ding, ach, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will, aber mir fehlen wieder die Worte. Auf jeden Fall eine schöne Beschreibung, wir wissen, wer er ist, was er macht, ein schöner Kanal-Banner dazu, ein süßes Kanal-Profilbild, ja, dieser kleine Drachen mit der halben Eierschale auf dem Kopf, also sehr schön. Hier unten sind auch nochmal die ganzen Links zu seinem eigenen Website, wie gesagt, Facebook, Twitter und so weiter. Wir schauen mal in die Beschreibung, haben wir gerade geguckt, wir schauen mal zu den Videos, was macht er denn so für Projekte. Er macht unter anderem seit neuestem, also vor 17 Stunden sein aktuellstes Video, Hashtag Trash Games, ein neues Format, schaut da gerne mal rein. Happy Wheels macht er unter anderem, Live in the Woods hat er auch schon, also dieses neue Minecraft-Mod-Projekt, ähm, hat er auch schon 205 Folgen gebracht, dann 18 Folgen von Deus Ex, Mankind Divided, oh Gott, ich bleibe mämlich hier bei den Namen, ey, aber die Spiele, die ich nicht kenne, die spreche ich eh immer falsch aus. Also, verzeiht mir das, seht mir das nach, aber was wir auf jeden Fall sagen können, er ist sehr regelmäßig auf YouTube, also er lädt regelmäßig Videos hoch, hier sehen wir das, vor 17 Stunden, 19 Stunden, 19 Stunden, 19 Stunden, also da, das Zeug schon von hoher Aktivität auf YouTube und er ist ja auch nebenbei noch, äh, Student von Informatik, also demnächst auch Student, ähm, eines Informatik, also er studiert Informatik, mein Gott, jetzt fehlen mir wieder die Worte und er ist ja angehender Abiturient, also von daher ist das schon nicht schlecht, was er hier auf die Beine bringt. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Snow Dragon, wenn ich deinen echten Namen büste will, dann würde ich dich mit echten Namen ansprechen, aber, naja, egal, dann halt mit Snow Dragon. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß auf YouTube, ich hoffe, dass du dein Studium gut schaffst, und so weiter und so fort, dass du dein Abitur kriegst, oder? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken, wie war das? Zu mir, okay, er ist ein 19-jähriger Abiturient und, äh, angehender Informatik-Student. So, da wünsche ich dir viel Glück bei deinem, äh, ja, Informatik-Studium und so weiter und so fort. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, schaut bei ihm vorbei, der Link ist unten in der Videobeschreibung und falls ihr auch mal mit dabei sein wollt, dann schaut ihr mal auch in die Videobeschreibung, dort stehen nämlich die Anforderungen, die ihr erfüllen müsst, um daran teilzunehmen und auch wie ihr euch bewerben müsst. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen und bis dahin, ciao, ciao! Hallo Reisender, du bist auf der Suche nach dem Let's Play der besonderen Art? Du willst Action, Spannung, Emotionen und neue Welten entdecken? Dann bist du hier genau richtig. Begleite uns auf unserer Reise und erlebe epische Abenteuer bei Snow Dragon. Wir sehen uns bald.